Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chivalry Medieval Warfare. Ich bin's wieder mit euer Neuländer, mit dem Dingens, dem Ben halt. Hallo. Ich bin euer Robin und Doshi. Servus. Cool, ich bin der Ben. Der Dingens ist richtig stark, ja? Nice. Genau richtig angefangen hier. Ja, mit meinem zerstörten Kopf. Ja. Ah, da durch. Nee, oder? Da durch, durch die kleine Schie-Shotter. Wer ist, verdammt. Ich hab nicht damit gerechnet. Aua, der hat aber gesessen. Piss dich. So, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Hackfleisch hier. Hack. Warte. Lord. Wettchen einfach geklaut, ey. Au. Ich hab leider kein Black Knight jetzt, da musst du mitleben. Ich bin leider aus unabhängigen Gründen vom Black Knight selber runtergeflogen. Ich versteh's auch nicht ganz. Er hat ge-cheated. Das ist aufgeflogen. Verdammt. Das liegt daran, dass er immer nur Bogen, äh, ja doch Bogenschütz ist, aber? Ja. Niemand mag Bogenschützen. Niemand mag Bogenschützen. Merk schon. Mach, Benny, kalt. Hä, das bin ich gar nicht. Ich hab ein Fire an mir vorbeifliegesehen. Ja, das ist jetzt der andere. Warte mal, Clemens, er ist auf den Bogenschützen, Mann. Das ist mir egal. Wo hast du denn manieren gelernt? Man tötet zuerst die Bogenschützen. Siehst du, das kommt davon. Nee, man tötet zuerst Ben, Alter. Hast du. Nein, keine Smurfaxe weg. Er war jetzt auch... Oh, oh, der war schlecht. Der Duslektro. Ah, shit, Alter. Überdies verkallt war er hier. Direkte Strafe gekommen. Er hat mich zu Tode getreten. Nein. Oh, meine Stimme. Ja, irgendwie sind wir alle heute angekratzt, so ein bisschen, ne? Heute? Hey, Bandidos. Bandidos. Ein Kopf weniger. Okay, dann bitte mit einem Sound-Hart-Stitch. Alter, der selbst, der, 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 der. Äh, Senor Punisher. Senor Punisher. Senor Punisher. Ey, mit dem scheiß Sebel, Alter. Was geht? Boah, au. Muchos, zerstechos. Was geht das? Losos. Ja, was geht das? Hat eine Pinata-Ausstieg gemacht, ne? So. What? Renewed Piggy. Oh, jetzt kommt einer von hinten. Ist gestorben. Aber sicher. Geh weg. Ben. Oh. Nicht von hinten. Benny mit seiner dummen Gabel wieder. Alter, hab ich da rausgekratzt. Alter, ich kann nehmen, was ich will. Alle hassen mich. Ja, dann kann ich auch wieder Bogenschütze spielen. Jetzt reicht's mir. Ja, dann geh halt sterben. Wir hatten so'n schönes Du-N. Das hast du gesehen. Da dachte ich mir, da pieß dich nochmal. Ah, was war das denn? Ah, Senor Punisher hat mich wieder getötet. Leute, wie würdet ihr den aussprechen mit den ganzen Sonderzeichen? Auf jeden Fall genauso. Los, los, los Punisheros. Ich würd sagen, wir punishen erst mal den Punisher, bevor wir halt. Nein, nein, Leute, nicht zwei, auch nicht. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er erwischt mich immer trotzdem nicht. Oh, der ist ja nicht alles erwischt. Und wie hat denn bitte unser... Hopp, ey. Achso. Guter... Los Robinos. Aua. Oh, der ging schön gegen den Kopf, Alter. Ja, 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 warte, 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 warte. Zeit für'n bisschen Action. Okay. Manno, ich fange mal in der Mitte von irgendwie. Aber der Typ, ne? Der Typ, ey. Alter, der ist garantiert Franzose. Ja, ne? Alter, so viel Zartfleisch. Das steht 19.4, holy... Alter, der Typ. Okay, ich hab ne Idee. Oh, was ist das denn? Du bist gern, wo er ist. Aber ich höre schon wieder hinter mir. Nein, er ist hinter mir. Ich hab ne Idee, Leute. Oh, nö. Sag mal ja. Nein. Sowas unterstütze ich nicht. Ich schon. Das ist ein, ein... Hier wird gegen Minderheiten gearbeitet. Ja, aber die werden's nicht ja natt. Rage Nub, hast du was gelesen, Ben? Der Rage wird auch in den Kommentaren zu finden sein. Alter, wenn du mir doch mal von hinten einverpasst, dann... Tassebogen schützen. Ja, ich auch. Ah. Senor Pannicher ist aus der Stadt raus. Vietna... Pio... Was? Pio... 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 Hast du ihm grad in die Eier getreten, Ben? Äh, Robin? Ist Robin, oder? Ah... Ne. Ben, dann war's gewollt. Ben, dann war's gewollt. Hinter dir der... Jawoll! Ist mir egal. Ne, doch nicht. Ne, ähm... Außen. Oh, okay. So. Ben? Der war cool. Genau durch. So. Bien... Wie? Vietna... Pio... 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 Was? Pio... 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 Geratschiert Latein. Enchalada, Mr. Baby. Ey, hier... Hier... Mach den kaputt! Der hat mich mit seinen Päusten kaputt gemacht. Krass. Ich hab grad irgendwie zugestoffen, ohne dass es effektiv zu wollen. Bin gut. Okay. Ich hab Ahnung von dem Spiel. Ich dachte, welcher bist du eigentlich? Ah, der Garus? Äh... Ja. Der ist meine Axt in der Wand versenkt. Also der Ben ist kurz AFK. Achso, das hab ich ja mitbekommen. Ja, ich hab's erst mitbekommen, als er sich das gewährt hat. Ja, ich hab's. Aua. Jawoll. Wie war das N, ne? Ah, N. Nein! Weg! Hau ab! So, ich weiß nicht, habt ihr das schon gemerkt? Ich war ein bisschen AFK. Nee. Ey, okay. Ist gut, dass ich aufgefallen ist. Ich mag das immer nicht, wenn Leute verbrüben, wenn die tot sind. Achso, ja. Ich bin noch nicht oft gestorben. Ah, das war knapp grad, ey. Du standest auch kein einziges Mal so komisch von der Säule. Bewegung ist groß. Okay. Das ist gut. Einmal. Nein. Und das ist auch nicht lang. Blocked. Oh. 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 Das hat mir gesagt. Ja, hat's... Da war der Typ. Hey, Pit. Ich merke dich mir. Aber da rennt so ein Typ mit einem Messer rum, ne? Der Mickey Messer. Was war das denn für ein Bucky-Dings-Punkt? Wow, der hat Demons aber noch getroffen haben. Warum hat der nicht getroffen? Ben. Oh. Ja, genau. Team Schaden. Können Sie mal ein guter Grund zum Kicken. Rennen, Robin. Ah. Nein. Sage ich doch. Rufmesser hat's noch gebraucht zum Nachhelfen. Wer hat denn jetzt einen Pit rausschmeißen wollen? Was ist das für ein Rage-Quitter hier? Oh, du gehst. Ha, Baby. Nein, warte, das war die Falsche. Ey. Wer war das denn jetzt? Ah, der Spätypie hat sich in ein Duell eingemischt, ja? Puh. Ach ja, die guten, Alter. Wo ist es aber, die es nicht mehr gibt? Oh, Mann, Yoshi. Weil der war. Ich bin in Topform. Ich bin jetzt erstmal den Robin hier mit Messern. Aua. Na, den hab ich nämlich gesehen. Boah, ernsthaft? Ja, ich nicht. Hättest du was gesagt? Ernsthaft, Yoshi? Du hast auf mich geworfen. Au. Das ist nur der Anfang. Ich mach noch gleich ein bisschen mehr. Wadam. Boah. Schön, ne? Das hat Robin noch überholt. Oh, das war der Arm. Der Robin? Robin? Der Robin? Der Robin? Äh, ich find's ja jetzt eigentlich ein bisschen peinlich, dass... Er Robin. ...überrascht sein, aber ich glaube, war. Das ist Er Robin, Leute. Das ist ein Cooler, KB. Der macht Sport. Der Er Robin. Verdammt. Irgendwie läuft's hier grad. Ich bin anscheinend sehr gut. Verdammt. Ach, schön. Soll ich mich grad selber mal loben? Ja, bitte. Machst du Aerobics? Aerobins? Das Wortspiel kann man auch weiter treiben, aber... Nein, 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 nein! Wie viele Messer hat er denn? In die Ferne denn? Er fängt auch mit E an. Und dann kommt Rot-Ticks. Oh, shit, ich hab noch gehört. Hä? Oh, I don't get it. Ich sag dir, das ist ein gutes Push-Pick. Das ist nicht... Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich glaube, ihr solltet mal zum Arzt gehen. Das sieht nicht so gesund aus. Töte ihn, töte ihn mit dem Schwert, töte ihn mit dem Schwert. Hau ihn, Clemens. Wer ist das? Wer ist das eigentlich? Robin natürlich. Robin hat ja gewonnen. Er hat das Schwert. Nein, er hat mich. Bring ihn um. Nein, 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 ich komm nicht an ihn ran, Alter. Ich treff doch hier nix. Ihr Faustkampf finde ich so schlecht, ey. Ich werde wieder spawnen oder so. Na komm. Ja, ja. Man wechselt uns. Ich hab den Null getroffen, Alter. Was soll denn das? Wahnsinn. Alles ist sprachlos. Ja. Die sieht aber schon aus. Oh, die Map ist aber schön. Man sollst du, glaube ich, nicht an den Rand kommen. Oh, guter Hinweis. Ja, meinst du? Sicher? Ich bin mal dagegen gerannt. Nee, ist nix passiert. Äh, bei mir wird der Gerät schon dunkel. Äh, wö? Boah, Schiffe. Wie geil. Großes Kampf. Ich bezweifle, dass es das wirklich gab. Los, 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 los. Naja, sie haben in manchen Arenen. Hier solltet ihr nicht ins Wasser, glaube ich. Sie haben in manchen Arenen, haben sie so Schiffe und sowas gemacht? Ja, ja. War durchaus lustige Sache. Für die Leute, die nicht gerade unten in der Arena waren. Sollte man dazu sagen. Oh, shit. Kannst du laut sagen, das ist in einer Ballester. Ja. Ben, bist du Bogenschütze? Aua, aber sowas... Oh! Eieiei. Ich glaube, wir sollten wie der Erz hat nur mit Fäusten kämpfen. Du kannst nämlich nicht mehr blocken, wenn er dich einmal erwischt hat. Danke für die Rettung, Clemens. Das kam genau. Ein wenig. Komm mal hier rüber. Siehst du die Ballisten? Die Pfeile stecken vor mir. Alter, jetzt stecken hier zwei Pfeile vor mir, Clemens. Okay, ich bin gespawnt und habe instant eine Balliste in den Hintern gekriegt. Alter, hier steckt so eine Riesenballist in den Fall vor mir. Ey, Junge, hau es hervor ein bisschen mehr nach links. War es ziemlich kinky, glaube ich. Nein! Hohohohoho. Ich bin fast... Ich hab ihn, Clemens. Danke. Ich hab ihn. Ja, ja, ne? Äh, Team... Äh, Team und so. Ah! Oh Gott. Hallo? Team und so. Das hast du eine Sekunde zu spät gesagt. Du hast mich gerade erschrocken. Was? Ach so hässlich bin ich nur auch wieder nicht. Hast du mich gerade hässlich genannt? Die haben Fett vergessen. Okay. Das bin ich. Das gebe ich zu. Halsch. Ach so, ich wollte dich gerade töten, Ben. Nein! Der war schneller. Oh, warte. Oh, da wäre ich fast ins Wasser gefallen. Aber ganz knapp. Hier hängt einer. Oh Gott. Weg. Das war nicht so nett. Das war auch nicht nett. Ernsthaft, Garrus? Yoshi? Wie auch immer. Was? Fui, schäm dich. Ich hab geglatscht. Ich bin runtergeglatscht. Möge er sich schämen. Der Viking-Modus ist jetzt an. Ja, komm ran. Ja, dann blünder mich mal. Das war... Nein, 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 nein. Ja, was denn hier? Kann ja nicht wahr sein. Ja, komm her und blünder mich. Ich war auch nicht zu dicht. Wenn ich ein Schimmelbürger bin, dann komm doch her, du isst mich. Ein Schimmelbürger. Nein, der will denn hier die Karte wechseln? Das ist ja wohl nicht wahr. Ich find die voll geil. Mega, die Karte. Ich hab bisher jede Abstimmung mit Nein beantwortet. Ist doch gut, oder? Ist immer gut. Oh nein, hu hu. Oh. Oh, ernsthaft hat er mich erwischt? Besonders. Mit was hat er mich erwischt denn hier? Okay. Ich spawne mal eigentlich immer auf der Kiste drauf. Der Pit. Tschüss, Yoshi. Das war ein bisschen bescheiden. Okay. Ey. Boah, da schmeißt der auf mich was. Der Typ in den Folgen ist krass, ey. Ohne Mist. Ja, das liegt daran, dass... Die machen zwar nicht viel Schaden, aber die sind extrem schnell. Also rein statistisch gesehen. Haha, ich hab einen in den Wasser gekickt. Hehehe. Und hab einen Speer über die Schulter stecken. Das Mann hier. Geil. Cool. Ich sollte mich ein bisschen regenerieren. Ja, was denn? Kommt der hier Glitz abstauben? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Du, 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 du. Du, 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 du. Lord Pan ist in die Schlacht eingestiegen. Das hat aber nichts mit der Pandoria zu tun, ne? Demens gesehen. Nein, hast du nicht. Ich glaub schon. Ich bin weg. Du siehst mich gar nicht. Seid ihr denn alle am anderen Mapende? Oh. Huh. Das war knapp. Ah. Oh. Huh. Ich hab ihn erwischt. Du, 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 du. Boah, ernsthaft? Ja. Mann, ich wollt mir grad ein episches Duell liefern. Mann, du Scheiße. Ja. Find ich auch, Jesse. Ist einfach Scheiße. Also im Hintergrund für alle, die es noch nicht wissen, im Hintergrund hört man. Ich hab Bens Freundinnen fluchen immer mal wieder. Hey, Mr. Feind. Kann ja nicht mehr sein. Was? Ist was passiert? Ja, ja. Reh mal. Ich gewinne. Vorsicht. Pass auf, die Hammer auf. Die sind echt ekelhaft. Hammer war ne extrem kurze Reichweite. Und da ist jemand hinter mir. Oh. Sorry, eigentlich natt. Ich hab nen Typen geklackt. Nein, bitte. Und da ist quasi um mich, um auszuweichen, ist er in die Hammer reingelaufen. Und der Kill ging an mich. Das ist schick. Das ist schick. Ach so, die Hammer. Was ist zum Henker? Er warst zum Hammer. Stop. Hammer time. Na super. Wie komm ich da denn jetzt mal vorbei? So. Oh. Hahaha. Aha. Hallo? Geht's noch? Ey. Boah, Pit. Alter, Pit ist mein persönlicher Erzfeind hier geworden. Shit. Der war schlecht. Der Pit. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Na komm her. Guck mal her, du kleiner weißer Paladin. Ey. Ben. Geh weg. Auf deinem Spieß. Oder ist das Robin? Ne. Nein, das bin ich. Aua! Ich glaube ich hab deine Axt in dem... der Kille steckt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Robin! Ah, ich bin Patrick. Robin! 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 Ich glaub du bist gerade gestorben. Ich bin noch ein bisschen... Äh... Dreiste Lüge. Äh, Alter! Äh... Pit, Lemans! Ich spawn und krieg'n Hammer in den Rücken. Geil, so muss das. Ja? Klemans, ich glaub du bist grad gestorben. Nein, will ich nicht. Ich steh' hier. Siehst du doch. Erstmal richtig schön spawnen, dann Hammer in den Rücken kriegen. Erstmal zu spawnen, Punkt. Da wirft jemand mit mir erst dann nach mir. Mann, das bleibt doch mal stehen, ey. Hab ich den anderen erwischt. Boah, Alter! Ernsthaft? Och Mann, der Feind! Hab ihn! Ich glaub der will Fiend ersprochen werden, glaub ich, oder? Könnt ich mir vorstellen. Was er will. Was er will ist mir doch egal. Wer wirft denn hier mit... Mit Pfeilen wirft hier jemand. Mit Bananen! Wer wirft denn hier mit Bananen bitte? Oh! Ahaha! Wer wirft denn hier mit Bananen wirft? Den Arm, den brauch ich noch! Den Kopf kannst du nicht haben, aber den Arm, den brauch ich noch. Jetzt reicht's hier. Ah, nehm. Au! Was hast denn du ausgelöstet gerade? Großmesser und den Ritter. Ah, alles falsch gemacht. Ja, ich bin auch in den Hammer gespawnt. Oh geil! Und meine Kraft klebte noch, mein Kopf klebte noch im Hammer drin. Das ist doch lustig, wenn du wirklich so spawst einfach so von den Hammer und kriegst beim Tod. Was darf ich zum zweiten Mal jetzt? Ich bin grad zwar mit... ich lieg nebeneinander hier. Nein! Nein! Ich pack den! Ah, willkommen in Kapur! War das ein Wurfssperr irgendwie? Ah! Na komm! Ja wie? Boah! Ernsthaft? Schon wieder Pit! Warum hat mich Pit denn jetzt schon wieder erwischt, ey? Wir werden uns aber in der nächsten Folge rechnen, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye!